Dieses zu erwerbende gut gepflegte 5-Zimmer-Reihen-Endhaus liegt in Pattensinn. Das im Jahr 2004 erbaute Gebäude verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Carport-Stellplatz. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 736 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 145 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 260.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.